Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Tina und der Hanna auf der neuen Map unterwegs. Wir hatten eine total tolle Runde. Warum und weshalb müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Läuft jetzt. Ich war gerade Brain-Affaut. Nee, ich hätte gerade nachgucken müssen. Also ich bereite mich innerlich auf den Kampf meines Lebens vor, damit ich den 120.000ern gegen uns zeigen kann, was wir eigentlich drauf haben. Ja. Und nicht so fluppen sind, wie die achten, wie viele Runden hatten wir denn davor? Drei. Komm, wir schenken uns jetzt mal total an. Total. Total. Aber richtig total. Wir schaffen das jetzt. Total. Total, total. Oh nein, das wird lower. Also Motivation kann ich. Weißt du, andere kommen hin und sagen, das war sensationell. Das macht ihr großartig. Total toll, sagt Tina. Wenn das eine gute Runde wird, heißt sie total. Okay. Hier ist ein Wagen. Ich plätsche mich nicht, es bringt Unglück. Glitsche plätsche. Ich mach echt plätsche. Gefühlt läuft man erst mal durchs halbe Bayou. Dann ist man da. Und dann stirbt man. Alles für die Katz. Ach Quatsch. Das wird total. Nee, ist auch Hive-Blend. Da ist noch mal Hive und da oben ist noch mal Hive. Riefs? Äh, äh, rot. Du bist rot. Total rot. Rot. Da wurde auch eine Lampe ausgemacht. Ich weiß nicht wo, ich gehe hier, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Oh, hier sitzt noch ein Habing. Haben die dich gehört? Ich weiß, könnte gut sein, ja. Wenn ich deren Lampe gehört habe. Ich sehe einen darunter gehüpft, nach unten. Hier, neben mir, neben dem Rolltor. Ich höre ihn rumlaufen. Die bitte ist aufgegangen. Bei mir. Oben oder wo? Ich höre den, bei mir diese Mini-Scheune. Klettert eine Leiter hoch. Bei der Mini-Scheune. Hä? Der ist oben drin hier. Ja. Äh, der denkt, wir wissen nichts von ihm wahrscheinlich. Ja, doch. Äh, also. Hab ihn nicht getroffen, der hat oben rausgeguckt. Ach, leck mich. Ähm, unten drin, ne? Sage mal. Mal. Was ist mit ihm? Äh, Käfig. Ist zum Käfig gesprungen. Einer ist aber noch drin. Einer ist hier unten, äh, ähm, Chucky Langstrom. Hier ist einer drin. Hä? Leck mich am Arsch. Muss mal los. Hanna, der kommt. Wer ist das hier oben? Ich bin nicht Hanna. Hallo? Das ist Tina. Der hat Sprengbolzen. Äh, Stotbolzen. Ah. Unten drin. Das war aber nicht Chucky Langstrumpf. Das war der Sheriff. Wo denn? Eine ist noch in der Hütte. Die springen in den Dicken. Der ist da in dem Bereich. Hat Hit. Nice. Denk an den im Haus, ne? Das ist ja zu dir. Hierhin kommt ein neues Team. Schlecht. Ich höre nur einen hier. Vielleicht ist das der ein Dritter. Vielleicht ist das Chucky. Ich muss mal rumrotieren, sonst, äh, nehmen die mich gleich in die Mangel. Also rein kann ich nicht, oder was? Unten war einer drin. Ja. Wo ist der, der hier hinten war? Keine Ahnung. Ich bin rumgeschlichen. Ich guck mal, ob ich den hier hinten seh. Ich habe Angst hier in die Scheune zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass sie da drin ist. Das war Richtung Church. Also eine von denen, dachte ich ja, umläuft mich. Könnte auch sein, dass die sich auf dem Weg gericht im Church gemacht hat. Kann sein. Also die meine ist komisch. Hier ist mein Raben. Warum? Die weiß immer, dass ich da bin. Mann, ja, ist doch gut jetzt. Guck da nicht mehr raus. Nein, da war kurz ein Köpfchen. Also hier hinten, höre und sehe ich nicht. Hit. Einer tot. Oh, dann ist sie tot. Einer ist hier bei diesem Abgang. Meine. Ich komme jetzt nach vorne. Nein, die zwei auf jeden Fall. Vor mir. Hat it. Ab innen. Nice. Schlag. War das der mit dem Hut der Sheriff? Ja, das war der Sheriff. Der war unten drin. Genau. Die lebt wieder. Hier oben. Scheiße. Ich habe mir seine Wache genommen. Also, ich treffe die nicht. Hier ist Gift Stacheldraht. Oh, runtergefallen. Die schießt nicht. Not gegen Elend. Elend hat gewonnen. Da ist noch was, oder? Da ist noch einer. Ab sie. Siehst du. Ey, ich bin vergiftet. Warte, ich gehe mal weg von euch. Die andere habt ihr ja, ne? Ja. Ja. Ja, dann mach's das wohl. Aber warte, ich kann den aber machen, den Dicken. Darf ich die Upper... Ne, darf ich nicht. Doch. Darf ich die Upper Cut? Ja. Ja, mach doch. Ja, schön. Ähm, lootet ihr mal. Ich mach mal grad den Dicken. Das war wirklich Not gegen Elend. Heidewitzka. Ja, ich hab mich schon bei den Engelchen singen hören. Hehehe. Bei den Regenwürmern husten hören. Not gegen Elend. Aber warum ist denn hier nix los? Ach, der Boss ist ja gemacht. Ja, ja. Das hab ich gar nicht mitgekriegt, ne? Deswegen hab ich auch erst gedacht, dass die zu uns kommen. Und? Keiner? Ja. Die suchen bestimmt nach dem anderen. Warte, ich nehme auf. Ja, ich denke auch. Ja, lass fortgehen. Mhm. Also ne Explosion war da eben, ne? Da oben. Mhm. Leute, ich hab gestern Abend wieder zwei mit der Stachelradbombe gekillt. Es war so sensationell. Ich muss los. Wollt grad gucken, ne? Ich wollt grad erzählen. Wie viel Pech hat man denn? Zwei Mann, einer rechts auf der Straße und einer so links bei den Läden. Zurücklaufen oder hier im Wald falten? Ähm. Boah, im Wald ist immer... Schwierig. Ja, aber meinst du, die kommen ran? Ja. Vielleicht wollten die grad zurückkommen, um ihre Baune zu holen. Kann sein, ja. Hier hab ich mir ein Loch gegraben. Muss mal kacken. Da passen wir alle drei rein. Bei der Bundeswehr, kein Witz. Wir hatten Biwak und dann mussten wir uns echt Löcher buddeln, weil wir kacken mussten. Ja. Normalerweise hatten wir ein Dixi da stehen, aber es war so kalt, dass sogar das Dixi unten drin eingefroren war, weil die da irgendwie vergessen haben, diese Flüssigkeit, die nicht friert, reinzumachen. Ah, okay. Und dann durften wir da natürlich auch nicht rein. Die sind da? Kommen! Die sind da? Oh, okay. Riecht immer so schön nach Wildkirsche in den Toiletten. In den Dixis. Wildkirsche? Ja. Oh, nein! Jetzt hat er mir den ausgelöscht, mein Hühner. Hier am Tor. Das ist nur eine Klingelbombe. Hm. Nate? Ja. Zwei Mann, einer kommt hier jetzt. Justen? Äh. Mann, egal wo ich hingehe, ist es falsch. Der kommt. Hier liegt Nekro, weil sie noch nicht habt. Wir haben gerade Stress. Oh, hier hinten schon. Einen hab ich. Der andere ist da hinten. Ja. Hat Hit, aber ganz schlecht nur. Von mir auch Hit. Ach Mann, er ist weg. Läuft unten lang. Oh. Ja, hier draußen. Ah, er ist rausgelassen. Da war doch noch ne Explosion weiter weg. Der ist hier vor mir. Also auch nur gegen Elend hier, ey. Hat Hit. Oh, ich treff ihn nicht. Tod. Sehr gut. Ja, der hatte... Ja, die Explosion war irgendwo weiter weg. Der hatte keine Chance, der arme Knopf. Ähm, ich würde mal gern für Sicht looten, wenn's okay ist. Ja, mach dir mal. Ich brauch nicht... Also, ich würde nur Explosionszeug oder so looten. Ich hab nur noch zwei Sekunden. Ja, die Explosion war weiter weg. Soll ich mal... Ich geh mal auf die Suche nach Fluss. Die Explosion war weiter weg. Tina, hier ist noch einer. Könnte Ash gewesen sein oder so eigentlich nur. Das war total gut. Total gut. Oben, unten, geschnitten oder am Stück? Dick, den... Oh. Jetzt fangen die erst an, den Boss zu machen. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Erzähl mir das mal. Nee, das ist kein Boss. Das ist hier hinten. Ist das Solo gegen du oder so ein Quatsch? Vielleicht? Das ist auf jeden Fall nicht... Äh, das ist nicht Boss? Nee, das ist nicht im Compound. Was zur Hölle? Hä? Was guck ich denn? Das ist mir zu hoch. Das ist ne merkwürdige Runde. Das ist ne sehr merkwürdige Runde. Wir haben wahrscheinlich, weil wir so schlecht waren, haben wir nur Bots bekommen jetzt. Die laufen hier einfach dumm durch die Map. Ich guck mal, ja? Mhm. Ja. Ich sehe niemand. Äh. Wow. Ah, da wär noch ein Wagen gewesen. Haben wir noch ne Sticky? Ja. Ja? Oh, nice. Ich sehe keine Frauen. Ich sehe ganz, wenn der nicht verhört ist. Ich kackt davon gar an. Ich sehe keine Frauen. Flippi hat dich gehört. Soll es aufhören zu bellen. Äh, jetzt singen. Okay. Ah. Ich glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Der Chris, ähm, bisher nicht gut. Aber dann wär der doch jetzt mittlerweile schon dringelaufen, oder? Ja. Also hier ist keine Kasse aus irgendeinem Wagen. Ja. Genau, das war eine dolle Runde. Okay, mal speichern. Was soll ich denn speichern? Total. Total. So eine Originalaufnahme, total. Ja. Sie hat nur sehr zögerlich für uns gesetzt. Ja, der Team 1 war ein... Ha, Hanna, ich hab den Kill bekommen. Den auf der Treppe. Ja. Mist. Aber ich hatte den nicht mal gehabt. Ja, was für eine Runde. Ähm, ganz am Ende war halt tatsächlich, denke ich, noch der Solo drauf. Äh, der so ein bisschen gefarmt hat, weil, ähm, das hat ja schon ewig gedauert. Wir haben ja einmal den Fight bei Reeves gehabt und dann den Fight bei der Church. Der hätte halt in der Zeit, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht uns abkämen, abämmen, abschießen können, aber der war gar nicht bei uns, denke ich. Der war die ganze Zeit da oben und hat gefarmt. Machen ja zur Zeit sehr, sehr viele, weil es die 500er Kassen gibt. Wer kann's ihnen verdenken? So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Die war total toll. Ähm. Wir sehen uns heute Mittag ab 14 Uhr wieder live. Nicht vergessen, auf Twitch natürlich. 1049.de heiße ich dort genauso wie hier. Einfach 1049 eingeben bei Twitch. Da findet ihr mich. Würde mich sehr, sehr freuen, euch mal begrüßen zu dürfen. Ähm. Ansonsten denkt an Game.de. Die sind unten verlinkt. Holy ist unten verlinkt. Nifta ist unten verlinkt. Ganz neu. Guckt's euch mal an. Die, ähm, machen Peripheriet, beispielsweise Tastaturenmäuse. Ähm. Mauspads haben die. Die haben Armsleeves. Wollte ich euch einen zeigen. Jetzt finde ich ihn gerade nicht auf die Schnelle. Ähm. Guckt's euch mal an. Kriegt er 10% Rabatt mit meinem Code 1049 unten verlinkt. Ansonsten, unser Discord ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen sensationellen Tag. Wir sehen uns auf 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9.30 Uhr auf YouTube. Tschüss.